Meine lieben Blubberfreunde, Hallihallo! Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr habt die Woche gut überstanden. Der April ist da. Wahnsinn, wie schnell doch die Zeit schon wieder vergangen ist. Ich werde verrückt. Ich kann mich jedes Mal wieder drüber wundern, wie schnell so eine Woche vergeht und wie schnell so ein Monat an einem vorbeifliegen kann. Verrückt. Ich komme gerade vom Shoppingbummel mit meiner Mom. Wir waren spontan ein bisschen unterwegs. Sie wollte sich einen neuen Pullover kaufen. Ich eigentlich nicht, habe mich dann aber doch mitreißen lassen. Ich habe mir unter anderem diesen schönen Ring hier gekauft. Ich stecke ihn mal an. So. Ich mag so zierliche Ringe voll gerne. Und der hat jetzt 4,95 Euro gekostet. Und ich fand den wirklich süß. Der durfte dann mal mit. Ansonsten habe ich noch diese Schnäppchen hier ergattert. Das ist eine Bluse, wie man unschwer erkennen kann. Dank der neuen Kameraqualität, Bildqualität funktioniert das jetzt ja auch so ein bisschen. Die hat jetzt hinten auf dem Rücken Knöpfe, sodass es ein bisschen aussieht, auf den ersten Blick vielleicht, dass man die Bluse falsch rum anhätte. Ist aber nicht so. Dieses Detail gefällt mir super gut. Und die war runtergesetzt auf 7 Euro. Hallo, wer schlägt denn da nicht zu? Dann war ich noch das erste Mal, ich glaube das war das erste oder zweite Mal in meinem ganzen Leben, dass ich in einem Reformhaus war. So. Und da ich jetzt seit knapp einem Jahr, im Mai, seit es seit einem Jahr sein, Vegetarierin bin, habe ich jetzt mal so veganische, vegetarische Sachen eingekauft. Nicht viel, einfach nur mal so ein bisschen um zu probieren. Zum einen ist das vegan, ich dachte, das habe ich nicht total verlesen. Also ich habe da steht vegan drauf, aber das heißt vegansliches Salami. Klingt komisch. Bio, organic, vegan und ist von der Firma. Ihr könnt das vielleicht erkennen. Die hatte ich schon mal bei einer Kundin probiert, die ist nämlich auch Vegetarierin und hat mir da mal so eine vegetarische Salami angeboten. Und die ist gar nicht mal so schlecht, jetzt habe ich sie selbst gesehen und musste gleich mal eine Packung mitnehmen. Ist nicht so günstig wie alle veganischen, veganen Produkte. Aber ab und zu kann man sich das schon mal gönnen, wenn man so ein bisschen den Deeper vielleicht auf Salami Geschmack hat. Ist das doch eine gute Alternative. Ich habe schon andere vegane oder auch vegetarische Produkte probiert und die haben mir nicht so geschmeckt. Aber dieses Jahr, super. Dann gab es dann noch ein Regal mit so Pasteten, so Brotaufstrichen. Einmal Kräuter und einmal Olive. Ich finde das klingt ganz nett, ganz lecker. Pflanzlicher Brotaufstrich mit Nährhefe, Trinkwasser, pflanzliches Fett, grüne Oliven, Kartoffelstärke, Zwiebeln, Gemüse, Paprika, Säumtumöl, Tomatenmark, Meersalz, Sellerie, Gewürze, Hefe-Extrakt, Kräuter, bla bla. 50 Gramm sind drin, haben 1,19 Euro gekostet. Das fand ich okay, einfach mal so zum Probieren. Und da freue ich mich schon drauf. Vielleicht gibt es das morgen zum Frühstück. Mal gucken. So, das ist das, was ich mir gekauft habe. Nicht viel, wir waren auch nur ganz kurz unterwegs. Es ging, wie gesagt, um den einen Pullover. Ich habe jetzt hier neben mir ein Glas stehen. Sieht lecker aus, oder? Tolle Färbung. Und zwar habe ich heute Morgen via Instagram gefragt, wie ihr euren Kaffee trinkt. So, und das hat der liebe Christian mir geschrieben, dass er von der Carla von Lovely Books empfohlen bekommen hat, einen Latte, also Chai Latte zu trinken, zusätzlich mit Espresso. Und ich fand das sehr interessant. Hatten wir so einen jetzt auch mal gemacht. Wir haben so eine Tassimo-Maschine und ich werde das Kunstwerk jetzt mal zerstören und live vor der Kamera probieren. Also es riecht auf jeden Fall nach Chai Latte und vielleicht noch ein bisschen herber. Okay. Es schmeckt sehr weihnachtlich, aber das hat Chai Tee ja irgendwie so an sich mit den ganzen Gewürzeln. Und es ist ein bisschen bitter. Also ich würde da jetzt vielleicht noch ein bisschen Zucker reintun. Dann wäre es aber sicherlich sehr lecker. Okay. Also lieber Christian, vielen Dank für den Tipp. Ich werde da jetzt gleich noch mal ein bisschen nachsüßen und noch mal probieren. Aber ich denke, das war mal ein ganz neues Geschmackserlebnis. Vielen Dank. So, dann legen wir los mit dem normalen Wochen-Geblubber. Nein, Quatsch, nicht normal. An dieser Stelle möchte ich mich mal bei euch bedanken, denn ich habe jetzt die genaue Zahl nicht mehr im Kopf. Aber wir gehen steil auf die 400 Abonnenten zu. Und das ist total Wahnsinn. Ich glaube, heute Nacht sind fünf neue Abonnenten dazugekommen auf einen Schlag. So etwas haufe ich dann immer um, wenn ich E-Mails bekomme mit den Nachrichten. Und ich finde das absolut unglaublich. Also vielen, vielen Dank für euer Interesse, für euer Feedback, für eure lieben Kommentare und Nachrichten. Und für eure tollen Bewertungen. Ich freue mich da immer so riesig drüber. Und ich finde es toll, dass wir jetzt mittlerweile hier bei YouTube fast 400 Blubberfreunde sind. Gut, dann legen wir mal los. Was habe ich diese Woche gelesen? Begonnen hat die Woche eigentlich mit zwei Büchern. Hatte ich euch, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt. Zusammen mit der Kerstin habe ich in einem Leseduett, das übrigens dieses Wochenende noch auf meinem Blog online geht, ein Buch gelesen und zwar war das Türkisgrüner Winter, die Fortsetzung von Kirsch... roter... Türkisgrüner... Kirsch... Kirschroter Sommer. Und war ja... Ja, ich glaube schon. Ich bin verwirrt. Auf jeden Fall, ja. Wir haben dieses Buch zusammen gelesen, haben uns zwischenzeitlich immer mal ausgetauscht. Und da sind ganz lustige und interessante Dialoge zustande gekommen, die wir euch natürlich präsentieren wollen. Also schaut mal heute oder morgen auf meinem Blog vorbei. Dort findet ihr dann direkt das Leseduett zu Türkisgrüner Winter. Mir hat die Fortsetzung gut gefallen. Und ich kann mich noch... Ich glaube, ich finde beide Bücher gleich gut. Also Kirschroter Sommer hat von mir vier Sterne bekommen und auch Türkisgrüner Winter hat von mir vier Sterne bekommen. Keine fünf Sterne, weil... Ja, irgendwie habe ich dann doch Kritikpunkte. Obwohl die Story... Ich glaube, ich habe selten ein Buch gelesen, das mich so aufgewühlt hat. Vor allem dieses hier. Also nach den ersten 20 Seiten habe ich gedacht, ich spreng der Emily an die Gurgel und trinke, glaube ich, den Wodka, den sie immer in der Hand hatte, selbst. Und dann gab es einen Moment mit der CD, die da vorkommt. Da liefen mir dann tatsächlich die Tränen. Dann habe ich irgendwann nur noch gesolft und war glücklich und habe jede Seite so aufgesogen, weil es so schön war. Und dann wusste ich aber auch, nein, jetzt wird es wieder ganz furchtbar. Und war dann nur noch genervt und... Naja, also dieses Buch hat mich sehr aufgewühlt und ich empfehle es trotzdem jedem, auch wenn ich keine fünf Sterne vergeben habe, möchte ich diese Buch-Diologie unbedingt euch ans Herz lesen, 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 lesen. Denn es ist wirklich ein ganz besonderes Leseerlebnis. Die Carina Bartsch hat einen so wahnsinnig erfrischenden, schönen, positiven, schlagfertigen Schreibstil. So, so, ach, so unverbraucht irgendwie. Ganz, 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 ganz toll. Und sie ist auch so eine total nette Autorin. Also an dieser Stelle, falls du das sehen solltest, liebe Grüße an dich. Ja, doch, ich lege es euch wirklich sehr ans Herz und schaut doch mal auf den Blog vorbei. Da gibt es dann demnächst das Lese-Duett. So, dann habe ich parallel dazu, weil ich an einem Lesemarathon teilgenommen habe, Arkadien erwacht von Kai Meier angefangen. Ich bin hier auf Seite 240. Dort parkt mein Lesezeichen und schaut mal. So, das Lesezeichen ist jetzt draußen, denn ich habe Arkadien erwacht abgebrochen. Bitte, bitte killt mich jetzt an dieser Stelle nicht. Ich bin sehr begeistert von Kai Meiers Schreibstil. Ich mag den Schreibstil sehr, sehr, sehr gerne. Hat mich direkt wohlgefühlt in den Beschreibungen und in dem Wasser geschrieben hat. Dann fand ich das Setting toll. Also die Insel Sizilien als Schauplatz zu wählen, ist absolut gelungen. Er hat viel beschrieben und ich habe mich wirklich auf Sizilien gesehen. Und dann die Protagonistin Rosa. Auch eine klasse und interessante Persönlichkeit, über die ich so, 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 so gern mehr erfahren würde. Aber die Story, die konnte mich jetzt so gar nicht packen. Das war so überhaupt nichts für mich. Gerade diese Szene, als dann der Panther da unter der Decke und ah, also irgendwie fand ich das jetzt nicht so toll. Ja, es konnte mich nicht begeistern. Es ist einfach nichts für mich. Schade drum. Aber ich werde nicht aufgeben. Ich werde definitiv nochmal was von Kai Meier lesen. Also falls jemand von euch Interesse an Arkadien erwacht hat, dann schreibt mir doch eine E-Mail. Vielleicht können wir ja tauschen. Würde mich freuen. Ich tausche Bücher ja immer viel lieber, als dass ich sie verkaufe. Ja, also falls ihr daran Interesse habt, dann lasst mir doch eine kurze Nachricht zu gucken. Gut, so. Das Buch hatte ich abgebrochen und ich breche so ungern Bücher ab. Aber ich dachte, Mensch, okay, ich habe noch so viele andere Bücher, die gelesen werden wollen, greife ich halt zum nächsten. Und in meinem letzten Wochengeblubber habe ich euch ja von der Kerstin das Bücherpaket gezeigt. Und da drin war unter anderem Du bist mein Stern, glaube ich, heißt es, von Page Toon. So, und darauf war ich nun schon sehr gespannt, nachdem alle so davon geschwärmt haben. Ich habe mir das Buch vorgeknöpft und habe gelesen und gelesen, 30, 40 Seiten und ja, war richtig enttäuscht. Ich konnte mit der Protagonistin nichts anfangen, mit dem Schreibstil nicht, mit dem ganzen Drumherum. Das ging mir zu schnell und war für mich einfach viel zu flach. Also es war echt so ein bisschen, ja, nicht, was heißt Anspruch, das ist Chiclet, ja, aber man kann auch anspruchsvollere Chiclet lesen. Das zeige ich euch gleich noch ein anderes Beispiel. Also mit Page Toon bin ich gar nicht klar gekommen und dann hatte ich auch überhaupt keine Lust, das Buch weiterzulesen. So, und dann war ich an dem Punkt angekommen. Also ich habe das Buch abends zur Seite gelegt und habe gewusst, okay, Anka, morgen fährst du wieder Zug, du musst ein Buch mitnehmen. Aber ich konnte mich an dem Abend noch nicht entscheiden, weil ich wusste, wenn du jetzt nicht das richtige Buch wählst, dann steckst du mitten in einer Leseflaute. Weil zwei Bücher hintereinander abzubrechen, ist eigentlich ein absolutes No-Go bei mir, ist mir noch nie passiert. Und bin dann mit einem dementsprechend mulmigen Gefühl schlafen gegangen. Am nächsten Morgen war ich relativ spät dran und hatte dann noch ein paar Sekunden Zeit, um zu einem Buch zu greifen, das ich dann mitnehme, auf die einstündige Zugfahrt. Mein Blick ist dann auf dieses Buch gefallen. Hexen 3x3 von Claudia Trumann, auch ein Chiclet-Roman. Und ich habe es eingesteckt. So, ich weiß, es war riskant irgendwie, direkt nach Page Toon nochmal was anderes im Chiclet-Genre zu lesen. Aber ich wusste, mir gefällt Claudias Schreibstil. Ich habe Anna Koschka, das ist ja ihr Pseudonym, letztes Jahr so verschlungen. Naschmarkt heißt das Buch, also eine riesige Empfehlung von mir. Gerade andere Leseratten und Blogger werden sich mit diesem Buch sehr, sehr, sehr wohl fühlen. Ja, deswegen habe ich ganz spontan zu Hexen 3x3 gegriffen, habe angefangen zu lesen und bin seitdem der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Ich bin so froh, dass mich dieses Buch quasi von einer Leseflaute abgelenkt hat. Die Geschichte ist super lustig, aber ja, sie ist nicht flach wie vielleicht andere Chiclet-Geschichten. Sie ist sehr intelligent geschrieben und ich finde den Humor ganz, ganz, ganz klasse. Natürlich geht es auch um eine Frau, die vielleicht so ein bisschen tollpatschig ist und nicht ganz so die super erfolgreiche. Aber sie ist eben sympathisch und man kann mit ihr mitfühlen und ich kann euch ganz kurz vorlesen, worum es geht. Gut, sie ist wütend. Unendlich traurig, am Boden zerstört, aber muss sie darum den abtrünnigen Märchenprinzen gleich in einen Frosch verwandeln? Mit einem Wunsch, den ihr eine Fee gewährt, hätte Olivia wahrlich Besseres anfangen können. Der Welt den Frieden schenken oder zumindest sich selbst ein schickes Apartment in London. Als sie ihren Fehler erkennt, ist fast alles zu spät. Doch um den Frosch und die Liebe zu retten, ist Olivia zu allem bereit, sogar sich mit einer mächtigen Hexenvereinigung anzulegen. Magie, Witz und eine Liebe zu dem Märchenbuch, eine geniale Mischung. Ja, stimme ich vollkommen zu. Es ist so schön geschrieben und so locker und trotzdem intelligent. Und ich habe mich total in dieses Buch verliebt. Es spielt momentan in London und ich muss unbedingt nach London. Ich muss jetzt unbedingt nach London. Ich kann verstehen, warum es Claudias Lieblingsstadt ist. Ist es deine Lieblingsstadt? Ich weiß es gar nicht. Hört sich zumindest so an. Und man erkennt auch, also ich ganz kurz erkläre, die Claudia war letztes Jahr zu einer Wohnzimmerlesung bei mir. Da haben wir uns natürlich auch so ein bisschen unterhalten. Und ja, mir ist aufgefallen, dass viel von ihr selbst in diesem Buch steckt. Und das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Und somit genieße ich dieses Buch noch mehr. Also wenn ihr was Tolles, wenn ihr tolle Chiclet lesen wollt, Chiclet hört sich so billig an irgendwie, ne? Deshalb, ein Frauenroman hört sich total kräftig an. Es ist auf jeden Fall ein toller, intelligenter Chiclet-Roman mit Fantasy-Touch. Ganz, ganz großes Kino. Ich bin begeistert und bin jetzt auf Seite 190 und will gar nicht aufhören zu lesen. Große Leseempfehlung schon bereits an dieser Stelle. Ja. So, das waren die Bücher, die mich begleitet haben. Dann Neuzugänge gab es diese Woche gar nicht. Ich habe kein einziges neues Buch gekauft oder zugeschickt bekommen. Finde ich auch ganz interessant, denn auch so komme ich mal auf solche Bücher, die vielleicht schon ein paar Wochen oder Monate länger in meinem Regal stehen. Komme ich dazu, die zu lesen. Ja, was gibt es sonst? Was habe ich diese Woche gesehen? Ich habe mir mit meinem Bruder zusammen Harry Potter angeschaut und die Heiligtümer des Todes Teil 2, nachdem wir letztens Teil 1 geguckt hatten. Und ich liebe Harry Potter. Der letzte Teil ist so toll geworden. Ich bin richtig, richtig begeistert. Und habe ihn jetzt nochmal mit ein bisschen anderen Augen gesehen als damals im Kino. Da war ich auch traurig, als dann da die bekannten Protagonisten gestorben sind. Aber diesmal hat es mich einfach mehr getroffen, wie Hogwarts zerstört wird. Also das ist so ein Ort meiner späten Kindheit, frühen Jugend irgendwie. Das ist ein schöner Zufluchtsort irgendwie. Und das war schon dramatisch da, als die Türme einstürzen zu sehen. Das hat mich dann doch mehr getroffen als zum Beispiel der Tod. Ich mag es nicht zu viel verraten, falls ihr den letzten Teil noch nicht gesehen oder gelesen habt. Es war toll. Ich liebe Harry Potter. Und ich nehme mir auch ganz fest vor, vielleicht in der Weihnachtszeit, die jetzt ja hoffentlich noch ein bisschen auf sich warten lässt, die Reihe nochmal komplett zu lesen. So, dann was habe ich bei YouTube gesehen? Jetzt schlägt mir schon wieder meinen Fuß ein. Zum einen gab es einen total lustigen Postfach-Vlog von Robsontown. Und apropos Postfach. In diesem Vlog haben diese Aufkleber hier, diese Postfach-Aufkleber, eine besondere Bedeutung. Und ich habe sie jetzt auch da. Das heißt, dass ich quasi ab sofort oder ab nächster Woche ein eigenes Postfach habe. Also, jupi, wollte ich schon immer mal haben. Ich freue mich sehr darüber und werde euch dann, sobald ich den Schlüssel habe, werde ich euch auch die Postfach-Nummer mitteilen. Es sei denn, ihr habt die vielleicht jetzt gerade schon gesehen. Die komplette Adresse mitteilen. Vielleicht habt ihr ja Lust, mir mal eine Karte oder so zu schreiben. Ich liebe, liebe, liebe Post und ich beantworte auch alles. Also, ja, das ist jetzt so das nächste, was die Woche ansteht. Und da freue ich mich schon ganz doll drauf. Dann, was habe ich gesehen? Das Sub-Video von der Kerstin. Sie ist endlich wieder da. Juhu, schaut doch unbedingt mal bei Strange Belly Books vorbei. Sie zeigt euch ihren akuten Sub. Dann habe ich das Messe-Video von Sebastian Fitzek gesehen. Da hat er so ein paar Aufnahmen mitgebracht von der Leipziger Buchmesse. Finde ich super. Und ganz, ganz lustig, wenn ihr ein bisschen was Amüsantes sehen wollt, dann guckt euch unbedingt das neue Video von Chrissy Cosmetics an. Sie hat zusammen mit Soraya ein Video gedreht, das heißt, Wer lacht, verliert Flachwitze. Das heißt, es ist eine Art Challenge. Die zwei lesen sich gegenseitig Flachwitze vor und dürfen nicht lachen. Und wer lacht, verliert quasi ein Leben. Ja, und das ist so lustig. Ich habe mich beömmelt. Und ja, wenn ihr schlecht drauf seid, dann ist es definitiv eine Möglichkeit, wieder gut drauf zu sein. Ja, geblockt und geblubbert. Diese Woche war sehr, 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 sehr mau. Es gab lediglich einen Ostergruß von mir und meinen Monatsrückblick, der dann vielleicht auch ein bisschen ausführlicher ausgefallen ist. Dieses Wochenende, definitiv mein Lese-Duet, das kommt auf jeden Fall noch. Und ich möchte dieses Wochenende auch mein Video zum Monatsrückblick drehen. Da habt ihr ja nur so einen kleinen, ja, ich will jetzt nicht, ich habe keine Zeit zum Monatsrückblick drehen-Clip bekommen von mir. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch den auch nochmal in der Infobox. Mehr gab es nicht. Ich war diese Woche ein bisschen unterwegs und ja, irgendwie war dann viel schneller wieder Samstag, als ich gucken konnte. Dann komme ich nämlich gleich zu meinem Highlight. Das war nämlich auch unter der Woche. Erzähle ich euch gleich. Vielleicht noch ganz kurz die Kategorie der Fragen, denn die liebe Christine hat mir eine Frage gestellt, die ich interessant finde. Und deshalb meine ich auch, dass ich die mit ins Wochengeblubber nehmen kann. Ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit zum Lesen und ich gebe viele, viele Buchblogger und Leseverrückten, auch ohne Blog, die viel, 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 viel mehr lesen. Ich selbst komme ja auf fünf, sechs Bücher im Monat, im Normalfall. Oder auch mal vier. Das finde ich eigentlich gar nicht so viel. Bei mir ist es so, dass ich, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, aber wenn ihr vielleicht neu dazu gekommen seid, wisst ihr das noch nicht, ich fahre mit dem Zug zur Arbeit, habe jeden Tag eine Stunde hin und eine Stunde zurück und da bietet sich die Zeit natürlich zum Lesen an. Also was will man sonst anderes machen im Zug? Und ich mache das unheimlich gerne. Abends lese ich dann nicht mehr so viel, es sei denn, das Buch fesselt mich total. Ich muss wissen, wie es weitergeht, dann lese ich auch abends. Ansonsten hauptsächlich im Zug und wenn ich jeden Tag zur Arbeit fahre, Montag bis Freitag, sind es pro Tag zwei Stunden und da kommt dann schon was zusammen. So, Post, Post der Woche kann ich euch noch zeigen. Da habe ich ein bisschen was bereitgelegt. Postfach hatte ich euch erzählt. Dann hat mir der liebe Robert nochmal was geschickt. Einmal sein Heilmittel, oder wie hat das ausgedreht? Warte mal, steht doch da drauf. Sein Hausmittel natürlich. Sein Hausmittel gegen Erkältung. Und das fand ich total süß, also vielen Dank. Und weil der Umschlag noch nicht voll genug war, hat er mir nochmal eine DVD beigelegt. Jetzt ist aber gut. Ich freue mich trotzdem riesig, Robert. Vielen, vielen, vielen Dank. So schaut die DVD aus, die heißt Monsters. Dieser Film wurde auf mehreren Filmfestivals ausgezeichnet. Ich selbst habe von dem Film noch nichts gehört. Es ist so ein Endzeit-Vision-Ding. Es geht um so eklige Alien-Kraken. Aber ich freue mich drauf. Ich kann das sicherlich nicht alleine angucken. Ich habe mir jetzt mal den Trailer angeschaut. Wird das nicht alleine anschauen, aber ich bin gespannt drauf. Denn die, schaut mal hier die Schauspielerin, die, das Mädel, hier hinten seht ihr sie vielleicht nochmal besser, hat eine ganz tolle Frisur. Das gefällt mir richtig gut. Ich mag so pfiffige Kurzhaarschnitte. Und ja, deshalb freue ich mich auch auf diese DVD. Und schaut mal die schöne Karte dazu mit Kate Winslet. Sind die so toll. Ja. Dann, was wollte ich euch noch zeigen? Oh ja, guckt mal hier. Es ist ja momentan so, dass in der Beauty-Guru-YouTube- und Blogger-Welt ein Shampoo unheimlich gehypt wird. Und zwar ist es von Orsi. Die machen da gerade große Kampagnen, lassen Blogger ordentlich testen. Auch ich darf testen. Das kam jetzt heute an. Machen wir mit so einem Klick auf. Und der Geruch ist... Jetzt wollte ich euch gerade riechen lassen. Der Geruch ist wirklich toll. Es riecht nach Pfirsich. Schön frisch und perfekt für den Frühling, glaube ich. Ich habe mich für die Color-Variante entschieden. Denn ich habe ja koloriertes Haar. Da steht ein ganz lustiger Spruch drauf. Nämlich, schöne Haare sind nicht alles, aber schon mal ein guter Anfang. Ich freue mich darauf, dass ich dieses... Ich freue mich aufs Testen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich das jetzt auch ausprobieren darf. Und wenn ihr da Interesse dran habt, dann werde ich euch mal vielleicht in ein paar Wochen erzählen, wie mir das gefallen hat. Dann ist noch angekommen, habe ich mir ja bereitgelegt, der neue Weltbild-Katalog. Werde ich mal reinschmökern. Bestellen werde ich sicher nicht nichts, weil ich vom letzten Mal etwas schlechte Erfahrungen gemacht habe. Aber so zum reinschmökern und zu gucken, was es so für Neuerscheinungen gibt, ist der Katalog doch immer ganz nett. So, kommen wir noch zu meinem Highlight der Woche. Das war definitiv der Dienstagabend. Denn da war ich mit zwei Freunden in Stuttgart auf einem Konzert. Und zwar war es das Auftaktkonzert von Lena zu ihrer No One Can Catch Us Tour. Sie ist momentan quer durch Deutschland unterwegs. Wir haben uns relativ spontan dazu entschieden. Und ich muss sagen, es war ein wirklich toller Abend. Ich verfolge Lenas Werdegang schon seit einiger Zeit, eigentlich von Anfang an, bin begeistert von ihr. Ich mag ihre Art einfach sehr, sehr, sehr gerne. Sie ist überhaupt nicht gekünstelt. Sie ist so pfiffig, frech und hat einfach eine ganz, ganz tolle Art. die ich schon so ein bisschen bewundere. Und das war es auch für mich ein toller Abend. Ich fand es ein bisschen blöd, dass der Ton so schlecht abgemischt war. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, sie manchmal zu hören, weil die Instrumente teilweise so laut waren. Ja, keine Ahnung. Das hat mich so ein bisschen gestört. Ansonsten war es ein echt cooler Abend. Die Songs haben mir gefallen. Die Stimmung war, naja gut, sie hätte besser sein können, sagen wir es mal so. Aber ich habe euch noch ein paar kleine Einblicke mitgebracht. Es sind nur ganz, ganz, ganz kurze Clips, denn ich glaube, ich darf die hier gar nicht so zeigen. Aber ich probiere es jetzt einfach mal. Ein paar klitzekleine Eindrücke vom Lena-Konzert könnt ihr jetzt sehen. Und das war es 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 jetzt sehen. Ja, ihr Lieben, das war es dann schon wieder. Das war mein neues Wochengeblubber. Was kommt als nächstes per Video? Ich habe mir überlegt, ich habe mir überlegt, auf jeden Fall meinen Monatspublik zu drehen. Dann wurde angefragt, die Rezension zu Dark Destiny. Da werde ich auch ein Video zu machen. Ich überlege gerade, ob ich eventuell ein Empfehlungsvideo für die komplette Dialogie mache. Also Dark Canopy und Dark Destiny. Und nicht nur eine Rezension zu Dark Destiny. Muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, aber das kommt. Dann stehen noch zwei Texts aus. Ich habe euch nicht vergessen. Aber die Zeit rennt mir momentan davon. Ich mache die Texte auf jeden Fall noch. Vielleicht schaffe ich sogar, dieses Wochenende, die zu drehen. Ja, und ansonsten lassen wir uns überraschen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine tolle Woche. Ein tolles Wochenende zuerst einmal. Dann eine tolle Woche. Und wir sehen uns dann spätestens nächstes Wochenende wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.